Ja, herzlich willkommen, ich bin's, euer Spooky, herzlich willkommen auf meinem Kanal und herzlich willkommen zu einem kleinen Info zu One Piece Pirate Warriors 2 und ja, und zwar wurden drei neue Charaktere wieder bestätigt, es werden gerade nur noch Charaktere bestätigt und es sind schon ziemlich, ziemlich viele, die haben das diesmal echt ernst genommen mit den Charakteren und zwar haben sie Marco, da muss ich irgendwie an Golden Boy Marcosi denken, wenn ich den sehe, haben sie Marco bestätigt, ich kenn den noch nicht, weil ich mit der Story leider noch nicht so weit bin, ähm, ich versuche aber wie gesagt die Story noch schnell hinterher zu gucken, dass ich fürs Let's Play auch bereit bin, dann haben sie noch Ace und Whitebeard bestätigt, ähm, Marco sieht man hier irgendwie so irgendwas machen, irgendwas mit Flammen oder so, keine Ahnung, ähm, wahrscheinlich hat der blaue Flammen drauf oder so, keine Ahnung, ähm, könnte mir ja mal in den Kommentaren ein bisschen was über ihn schreiben, so, weil ich weiß echt nix über den, also, könnte mich da ruhig spoilern, ich bin da voll offen, ähm, auf jeden Fall die drei Charaktere werden spielbar sein, ähm, boah, das ist echt heftig, wie viele Charaktere schon bestätigt wurden, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so davon haltet, warum, ob das so gut ist, dass jetzt so viele sind oder ob ihr das scheiße findet, ähm, mir gefällt das Spiel immer, immer, immer mehr, ähm, und, ja, das war's eigentlich schon, ähm, wie gesagt, schreibt mir einfach alles in die Kommentare und, ja, bis zum nächsten Mal, ich bin's, euer Spooky, hau da nahi und tschüss.